Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Arroz al Forn. Arroz al Forn ist der katalanische Ausdruck für Reis aus dem Backofen, Span, Arroz al Horno. Es handelt sich dabei um ein traditionelles Gericht aus der valencianischen Küche. Es gibt sogar einige Ortschaften, in denen ein Wettbewerb ausgetragen wird, wer das beste Arroz al Forn kochen kann. Traditionell wird das Gericht in einer Tonschale zubereitet. Man kann aber auch einen ofenfesten Topf verwenden. Für sechs Personen werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm mageres Schweinefleisch, 250 Gramm Blutwurst, Knolle Knoblauch, 2 Tomaten, 300 Gramm Reis, Liter Rinderbrühe, 2 Kartoffel, 90 Gramm Kichererbsen aus der Dose, Olivenöl, Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Kochmesser, Schneidebrett, ofenfesten Topf, Pfanne. Zubereitung Das Schweinefleisch waschen und trocknen, in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Die Blutwurst pellen und in recht dicke Scheiben schneiden. Die Tomaten waschen, trocknen, den Stielansatz herausschneiden und in Scheiben schneiden. Die Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden. Olivenöl in dem Topf erhitzen. Den Knoblauch hinzugeben. Das Schweinefleisch im Topf anbraten. Herausnehmen und die Blutwurst ebenfalls anbraten. Das Schweinefleisch wieder dazugeben. Die Hälfte der Tomaten ebenfalls dazugeben und verrühren. Den Reis dazugeben und noch einmal umrühren. Wenn nötig, weiteres Olivenöl dazugeben. Die Brühe angießen und die Kichererbsen dazugeben. Alles aufkochen und 10 Minuten köcheln lassen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Kartoffeln darin anbraten. Den Backofen auf ein 190 Grad Celsius Backofen vorheizen. Die restlichen Tomaten auf das Gericht legen. Darüber die Kartoffeln verteilen. 20 Minuten in den Ofen geben und backen. Das Gericht sollte goldbraun sein. Als Beilagen eignen sich Punkt 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 Diese Varianten gibt es Punkt 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 Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!